Du bist Deutsch-Schlünder? Deutsch-Schlünder. Perfekt. Deutsch-Schlünder der deutschesten Deutsch-Schlünder, hm. Sollte der Runde nix im Weg stehen. Moment waren die Losts, aber das sind Franzosen. Das heißt, man muss immer Acht geben, dass die einen nicht anspulen. Er hat nen Un-Hit kassiert. Die USPS haben. Zeig mal deinen USPS. Nice. No-Skin, Liga. Ich find's halt traurig, ne? Dass wir gegen No-Skins spielen müssen. Ja, aber... Für einen Teil der Zeit kann er keinen neuen Freund mehr. Nein, doch! Oh! Warte, ich nehm sogar die Farmers hier mit. Warum? Weil wir gegen die Typen auch mit zwei Toast-Präschen. Ja, da ist was drauf. Anzacken, ganz ehrlich. Es liegt in derer Natur zu verlieren. Ey, Digga, ich hab den Typen nicht gesehen. Ich hab zehn Sekunden gebraucht, um zu realisieren, dass da jemand steht. Ah, fuck. Okay, das war halt wirklich seine Schuld. Hätte ich die Bombe gehabt, hätten die letzte auch ne Roll. Die machen jetzt safe so an die Typen. Und wer ist die Schuld? Ist das, Paul? Der Gegner, natürlich. Richtig. Irre genommen! Paul, die Runde geht. Los. Se- Los. Auf die Soast geht. Noll! Der über mir? Ja. Ich bin los, fuck. Ich bin los, fuck. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wahrscheinlich hat er mich noch geholt. Oder wahrscheinlich. Ganz bestimmt. Das Magazin hab ich in diese Blechbüchse gefeuert. Oh ja. 005, lass den mal zu James den Bomben. Doch ich hab da nicht so einen Spieler so gehasst wie diesen Typen. Ja, moin. Der hat so an, der Typ. Er hat mich vielleicht ein paar mal am Arm getroffen. Das war's. Das war's. Ein Headshot hat er auf jeden Fall. Oh Mann, aber er hat jetzt einen Kill. Dann wird das doch nix mit James Bond das. Mein Netz passt hier, hab ich meine Org verloren. Und dann hält er die nicht mal auf, der Vollpfosten. Es gibt jetzt Leute, die auf die Idee kommen. Oh mein Gott, hab ich das Scheiße gespielt. Das war seine Schuld. Dann muss die Bombe finden und den Ring ins Feuer schmeißen. Doch zehn Sekunden, du musst jetzt planten, Paul. Chill, 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 chill. Ah, ich weiß, war zu früh. Ach, war der nicht. Warte mal ganz kurz. Was für Loppen? Ich stelle ganz kurz, Jason, deine Meinung dazu. Don't be looser by defusers. Ah, super, ja, aber nicht, ja. Also übrigens, der ist durch. Ich hab ihn nicht abgefahren. Wie, der ist durch. Oh, lol. Okay, das meinst du mir durch. Übernächstens kommt der da nicht mehr raus. Darauf erst mal. Prost. Okay, die kommen Wunde oder sonst was sie anhaben. Irgendwie kommen lang, das heißt, dass sie wirklich anhaben. Dieser Typ nicht mitbekommen. Paul, musst dir das Video ansehen und dann muss ich dir mal die Replay von dem Shot ab, äh, die muss ich dir mal geben. Shot war krass von dir, ne? Wieder anders lang? Der andere war lang. Lul, ich hab... Ach so, stimmt. Muss noch callen, was wir auf die Folge sehen wollen. 10.000, 10.000, 10.000. Schaut gerne auf meinem Twitch vorbei, bis dahin. Ciao. Willst du auch noch Tschüss sagen? Ciao, Deutschland. Ich bin deutsch. Eine Minute, 37 Sekunden später. Willst du auch noch Tschüss sagen? Deutsch, Tschüss. Willst du auch noch Tschüss sagen? Tschüss. Ah, ich sag's Tschüss. Und willst du auch noch Tschüss sagen? Ja, Tschüss. Willst du vielleicht noch Tschüss sagen? Die größte Unsicherheit in Deutschland. Tschüss.